so was wollt ihr jetzt als nächstes machen? jump in one oder free fall? das jump in one wollten sie. wer möchte anfangen? leon fängt an. obwohl wir machen das so der verlierer fängt an. der verlierer fängt an. wenn du runtergefallen bist kommt der nächste dran. dann fahr am besten gleich runter dann dauert es nicht so lange. viel spaß. ach so halt stop 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 komm nochmal zurück komm nochmal zurück. wir müssen noch stopp timer gib mal dein handy. wenn die tür aufgeht dann läuft es heute. genau das ist gut also wir haben wir handy ja so als vergleiche handy okay so auf die plätze fertig los seid doch wahnsinnig. ich kann das so rein. der stellt sich drauf damit er gucken kann. ach du machst das doch ganz toll. nein ich bin runter. also nochmal stoppen. der fahrschuh war noch nicht mal hier. ich kann den fahrschuh nicht benutzen. ach so wartet kurz. wartet kurz. wartet kurz. es ist ein bisschen hektisch hier so wenn man das alles alleine machen muss. ach so jeder. so jetzt darfst du es. eigentlich sollte der anhalten oder? ach du musst ja glaube ich stopp drücken. gut okay. äh. so als nächstes kommt keltig. okay warte ich stelle ich mal so hin so okay 3 2 1 los. mal gucken ob du genau darunter fällst wo ich auch runtergefallen bin. ich hasse sowas. wo muss man da hin? das sollt ihr rausfinden, nicht ich? ja. okay. gut. warte. zurück. er ist genau an der selben stelle wo ich. das ist so gut. das wusste ich, dass das Leute verwirrt. ich wusste das. okay. du hast die tür aufgelassen. so. das leon rander. ne. ja doch genau leon kommt jetzt. so. alles klar. 3. 2. 1. go. den fahrschuss. sonst fährt er an dir vorbei. na leon schafft das bestimmt. du kannst doch kurz warten. das ist deine zeit. ne. bin gespannt. ob er den zelb fehlert war. ah ja gut. du musst du musst hochfahren. ja. ich wollte auf ihn warten. ich dachte, er ist gleich roh. ne. ach so. ne. der schafft das. das der schafft das mit einrutsch präzise das machen jetzt jetzt okay schade kurz vorm ziel schade 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 kurz vorm ziel und ja man schafft es tatsächlich also das lange hier ding habe ich probiert dass man schafft es man schafft sogar auch noch eins mehr aber ich wollte es nicht übertreiben gut nein es spielt aber eine rolle ob du jetzt so und so ein ding ist hast ja so schnell laufen aber man kann nur ein bisschen schon laufen aber vom springgefühl hier ändert sich nichts gut kuba bist du soweit er macht das mit seiner axt ich nehme danach die sense in der hand vielleicht hilft das besser gut dann 321 los alles klar okay er war er war schneller als ich unten oder kathie du bist nein also bis das jetzt einer schafft oder was und wir brauchen natürlich wir brauchen ein gewinner natürlich okay scheiße und er ist aber so spätestens um zehn machen wir dann wer am weitesten schafft das dauert es glaube ich so nee dann danach die runde also wir haben nur eine runde dann und dann wäre am weißen schafft okay gut also katschi ist dran so 321 go ich denke schon am anfang dass ich runterfallen ganz entspannt lass dir zeit wenn du dafür drei minuten solche brauchst das war zu weit die sense hat mir kein glück gebracht okay danach wird das alles klar er hat die kettensäge genau okay der nächste ist fertig genau okay 3 2 1 los ich hätte wirklich mit der kettensäge fast draußen genommen oder hast du was mit fast passen gespielt oder mit ich ja nicht das weh und das war knapp das war ich knapp ich lass das ich lass das ding denn hier offen da könnte nachher üben also ich wenn es werden häufiger kommt das sind eigentlich die beliebtesten beliebtesten events ok der nächste kupa die leon 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 okay so drei 2 1 los du hast doch fast geschafft wie ist das eigentlich wird dann die zeit immer gesettet ja in ebel gesetzt also ich meine wäre der aufzug schneller dann könnte man die laufen lassen bis bis man zeit geschafft hat. Das können wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Alles gut, lasst euch Zeit. Ja, du stirbst, da stirbst du ja wenigstens nicht in andere Spiele, wenn du runterfällst. Ein schönes Hardcore-Charakter von Tod weg. Neuer macht. Ja? Nein, nein. Lass dir Zeit, entspann dich. Ganz gut. Die Hälfte, dass du es schaffst. Manchmal muss man auch gar nicht so hoch und so weit springen. Es ist halt so ein kleines Geschichtlichkeitstesting. Ich weiß halt nicht, wie der reagiert mit diesen komischen Glasdingern. Ob man dazwischen nicht durchfallen kann. Ne, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Block. Ich weiß nicht. Es ist nur Attrappe quasi. Ich weiß nicht. Wen muss ich abglauben? Oh, Cooper, wo kommst du denn hier? Was ist das denn, ey? Jetzt riecht der über euch. Ich hab'n... Ihr sieht mal ja, was einer erwartet. Ja, ne? Ah! Okay. Es ist, es ist aber machbar. Ja. Aber vielleicht sollte man sich überlegen, warum ausgerechnet hier zwei Blöcke sind. Welchen hast du noch, den rechten oder den linken? Tatsächlich hab' ich da jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Okay. Gut. Nächster, äh... Cooper. Der ist so runtergefallen dran. Guck mir die Knie schluss an. Die haben richtig Angst. Hahaha. 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 Okay, gut. So. Cooper als nächstes. Drei. Zwei. Eins. Los. Hahaha. Hahaha. Das ging schlimm. Warum nimmst du so'n Aschen auf? Also, hier brauch' ich, glaub' ich, keine Stoppu' zu machen. Hahaha. Ich hab' überhaupt kein Gefühl gerade für das Ganze. Äh... Es ist nicht zu essen. Weg. Genau, essen. Sonst werdet ihr langsam mal, ja. Ja, das ist, äh... Weg war er. Gut, okay. Wer ist der Nächste? Äh... Äh... Ich hab' keine Geduld dafür. Deswegen spiele ich ja Eko. Hahaha. Ihr könnt schon mal üben für Minecraft. Dann wird's sowas auch geben. Immer an derselben Stelle fall' ich runter. Ich überschüpfe die bald, ey. Okay. Okay. Okay, gut. Ähm... Aber ich schaff' es weiter. Ich fang gleich wieder. Ich muss ganz kurz auf Soilette. Ich hab' vergessen, auf Soilette zu gehen. Ich bin gleich wieder da. Ihr könnt' dich nicht mal austauschen, ne? Also für mich hat Leon erstmal gewohnt. Am weitesten ist. Leon, gib mal ein paar Tipps, bitte. Wenn es weiter geht, müssen wir irgendwie... Ähm... Nicht runterfallen. Dass euer Herz nicht platzt. Das ist alles. Ach, da hab' ich keine Nervösität. Das ist mir eigentlich egal. Ich find' das... So. Nein! Bei sowas geht mir aber voll die Profe. Bis meine Hände irgendwann zittern. Habt ihr Third-Person oder First-Person? Ich... First. Ich spiel' in Third. Third. Deswegen ist es noch... Noch... Also... Also... Du kannst auch runtergucken und siehst, wo du bist, so. Also... Also ich... Also... Also ich seh' mich komplett. Also... So. So. Hallo. Kuba bleibt mal stehen. Also... Ja, danke. Warte. Warte. Wollte das grad sagen. Oh, scheiße. Nein! Bin ich hier. Ich wollt' hier nicht. Sorry. Bist du ganz runter, oder? Ne, ich bin noch... Im zweiten Gewinn. Das ist eine Truhe. Ich komm da, glaube ich. Na, geht. Du musst ihm aus. Katja, komm mal hier hin. Nee, 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 nee. So, was ist los? Was ist los? Was denn? Er ist gefangen. Du hast... Kältig ist hier runtergefallen. So. Tür einmal aufmachen. Ja. Juppa. Jetzt hat das schon gesehen, was ihn erwartet, ja. Äh... Bin dran, ne? Äh... Ich glaube ja. Genau. Kältig ist dran. Okay, gut. So. So. Zurücksetzen. Okay, so. So mir dein Mikro geht hier nicht, ne? Ach so. Jetzt. Alles klar. Gut. Danke. Äh... So. Also nächste. 3, 2, 1, los. Ist gerade Leon runtergefallen? Das sieht jetzt aus. Hm. Hm. Ne, ne. Dann hätte ich schon... Achso, Leon. Das ist für mich der schlimmste Stein, wo er gerade war. Da falle ich irgendwie immer runter. Ja, glaub mal, da kommen auch einfach immer runter. Ja, ich komme eh nicht weiter. Also ich bin ganz... Oh, nein. Zu ungeduldig. Ach. Ja. Er hatte auch gesagt, wir müssen ruhiger bleiben. Ich gebe euch mal kurz einen Tipp. Wartet mal. Äh... Kommt erstmal alle hoch. Dann mache ich euch kurz einen Tipp. Vielleicht klappt es denn besser. So. Entschuldigung. Ich bin mir da. Jetzt weißt du, wie wir hier hochkommen. Auf dem Kopf springt man den anderen. Boah, ich zeig euch kurz mal was. Ne, geh mal bitte runter, Leon. Sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniert es nicht. Guck mal, bevor es runter geht, ne, geht man nämlich noch ein Stückchen runter. Guck mal. Seht ihr das alle? Das heißt, man hat sozusagen noch Chancen zu springen. Okay. So, und jetzt zum Beispiel. Zack. So kann man viel, viel weiter springen. Ne, ne, du musst abwarten, bis er kurz runter duckt. Das heißt, die Leute, die so ein bisschen im First Person spielen, die haben so ein bisschen Vorteil. Oh, es geht schon. Ja? So. Das ist jetzt eigentlich der Tipp. So, und jetzt sollte sie es eigentlich endlich schaffen. Ich glaube. Na du, Leon. Leon, Leon. Genau. Komm, abfahrt hier. Oh, zeig uns. Ich warte am Ende auf dich. Okay. So, drei, zwei, eins, los. Das ist ja nicht schlimm. Ich lasse dann nachher, wenn die Events zu Ende sind, lasse ich nachher alles auf. Könnte noch mal ein bisschen üben. Ich hoffe dann mal beim nächsten Mal sind ein bisschen mehr dabei. Auch neue, denen das vielleicht so gefällt, was ich hier so treibe. Oder was wir so treiben. Oh, Autowettrennen, können wir auch machen. Ja. Autowettrennen. Ja, klar, ist doch geil. Oder Schubkarrenwettrennen, wo du diese blöde rote Schubkarre schieben musst. Ich sehe dich, Leon. Große Sprüge kann ich nicht machen, aber die kleinen kriege ich nicht, oder? Ja. Das ist durch den Block, der da drüber ist manchmal, manchmal. Ne. 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 Tada. Fertig. Deswegen. Fertig? Das geht. Okay. Ja, ich glaube, dass was geht. Das ist schwer, ne? Ich habe, ich habe das, ich muss das wirklich auch alles mal fünf Mal testen, ob das wirklich geht und es geht alles. Keine Sorgen. Also, ich bescheisse hier nicht. Nicht, dass jemand mir wieder vorwirft, ist Betrug. So. Okay, ist der nächste soweit? Ja, ich glaube schon. Cooper ist nochmal. Cooper, ich, soll ich den Tyler starten oder solchen lassen? Gut. Also, 3, 2, 1, los. Ja, gut, gut. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Du würdest selbst, glaube ich, mit fünf Minuten gewinnen. Also, ganz entspannt. Nur, weil jemand schnell ist, heißt es nicht, dass er auch gewinnt. Ganz entspannt. Oh, ey. Oh, ey. Jetzt stürzt er genau besser. Besser wie vorher. Besser wie vorher. Siehste? Du wirst immer besser. Okay. Gut. Aber den kann ich auch nicht. Nee, lass mich. Ich fliege da eh bei den Stein wieder runter. Nein, Kachi, komm. Diesmal überspringe ich den Stein, habe ich besprochen. 3, 2, 1, los. Ey, ich hasse es. Komm, ich mach dich auf dich. Oh, komm. Ja, ist, glaube ich, besser. Ich bin gespannt. Ich überspringe. Er wird dich wahrscheinlich auch. Blöcke überspringen. Blöcke überspringen. Es geht, okay. Ah, okay, okay, okay. Okay, ich leuchte, das hier mal nachbauen. So. Ach, äh. So. So. Das ist so verwirrend. Oh, wir hier. Guck mal, wie weit du schon bist. Oh, nein. Das ist gemein, ne? Dass es so hoch geht, dann kriegst du ein bisschen Schwung. Aber ich konnte das gerade echt nicht sehen, wohin was geht. Also das sah alles irgendwie unterschiedlich aus. Ja, gut, ne? So. Was soll ich nachbauen? Oh. Nein! Nein! Guck mal! Scheiße. Was? Luftblock. Ach so. Ich bin ganz unten. Also kannst du mich doch hochporten? Aufzug. Warte, das waren glaube ich zwei. Das ist genau das hier. Das hochporten, ja, ich muss gucken, ob das geht. Ja. 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 Guck mal. Das ist genau das gleiche jetzt. Ja, das ist genau das gleiche. Äh, TP. Ich heiße nur Katschi Katschi. Hä? Also war das in Katschi? Ich habe das die ganze Zeit. Wettformat. Da gibt es schon Unterstriche oder so. Nee. Ist egal, ich fahre mit Dings. Äh, Kuba, wenn du oben bist, sag Bescheid. Bescheid. Nee, komm ich. Ich bin, ich wollte Ihnen gerade noch sagen, deine Lücke muss er mal einen Stein reinsetzen, da kann man runterfallen. Teleportiere A2B. So. Mach da nicht. Verstehe ich nicht. Wer ist denn A2B? E2B. Oder muss ich das so mal? Katschi, Tu, Somai? Auch nicht. Kann ich auch mal warten? Ja. Ist doch egal. Wir fahren jetzt bei der Fahrstudie. Ich verstehe das nicht. Tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Wir gucken hier aus dem Fenster und denken uns, was für eine schöne Aussicht. Ha, wunderbar. Schön. Da unten ist ein Wolf. Ja, ne? Keine Ahnung. Oh, da hinten. Naja, dauert noch. So, ähm. Warte mal. Katschi war jetzt die Letzte. Gut, jetzt fangen wir also wieder von vorne an. Nee, ich war die Erste. Nee, du warst die Erste. Ja, ja. Ich hab ja schon verkackt. Das war schon um kurz vor 10. Okay, gut. So, jetzt machen wir hier, jetzt machen wir sozusagen Vernichtungsrunde. Wo seid ihr denn? Sind die jetzt alle runtergekommen? Nee. Hä? Ach so. Okay, dann warten wir mal. Das hältig ist da jetzt dran, oder? Äh, ja. Kältig ist dran, genau. Gut. Jetzt machen wir Vernichtungsrunde. Wer ist am längsten oder am weitesten kommt? Oh. Der ist jetzt ein Gewinner. So. Wenn ich jetzt bei dem zweiten verkacke, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hab ja schon verkackt. So, okay. Ähm, okay. Los. Zählt denn das, dass ich bis zur Schräge gekoppelt bin? Hier wo ich einen Tipp trainiert, das hier wo ich, das hier. Das muss hier trainieren. Oh. Können auch gerne die anderen jetzt noch hinterher gehen? Ich geb euch noch einen Tipp, es sind Luftsprünge möglich. Im Stein da oben, oder? Nee, generell sind Luftsprünge möglich. In der Luft einfach. Also, äh, Leon kann gleich hinterher, wenn er mag. Okay. Ab. Oder ist das egal? So. Einfach bereit. Sehr geil. Lauf. Ohne Zeit. Es ist Vernichtungsrunde. Der, der am weitesten kommt. Wow. Okay. Das ging ja schnell. Nee, komm. Ja, ernsthaft. Zählt das jetzt? Nein. Komm nochmal hoch. Ja, dann geh, geh du als erstes Cooper. Ich hüpfe nach dir auf den Boden. Komm. Dann können wir wirklich so zusammen Fahrstil fahren. Oh Mann, was ist das denn? Soweit war ich jetzt noch nie. Du kannst doch stehen bleiben, du kannst warten. Aber okay, eigentlich ist es egal. Na Cooper, spring zu den Links. Spring zu den Links. Eigentlich ist es egal. Komm. Ja, jetzt sagst du so. Oh nein. Wie gesagt. Einfach starten? Einfach den überspringen. Ich dachte, der wäre unter mir gewesen, ne? Um mal zu fliegen überspringen. Ja. Ja. Okay, gut. Äh. Warum läufst du denn zurück? Ich wollte es anlaufen. Ich habe nicht gesehen, dass das... Du brauchst doch keinen Anlauf. Es ist eine Trippe. Ah. Okay. Ja, mal gucken. Bleib mal stehen. Ja, er ist eine Leiter. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Jetzt kommt ihr so weit. Das gibt's doch nicht. Ja. Das ist krass, ne? Prof. Warte, ich hänge. Ah, scheiße. Scheiße. Ich kann hier hin. Ich muss runterfahren. Ja. Nein. Äh. 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 Das sieht nur so aus. Du backst aber nicht. Aber ich kann nicht hoch. Doch. Du musst ganz vorsichtig mal. Hm. Ich drück W. Ne, nicht W. S oder W? Leertaste. Äh. 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 Interessant, ja? Ja. Okay, er hat's geschafft. Wir sind raus. Okay. Ich bin dritter. Ich bekomme mein Buch. Nee, warte mal. Leon fünf Punkte. Äh. Wer war das jetzt? Kältig, ne? War das? Ja. Zwei. Ja. Er bekommt drei Punkte. Kältig drei Punkte. Und Katschi? Meinen ersten. Yeah. Ein Punkt. Gut. Kommen wir zum letzten Spiel. Oh, das wird eh ein anderer gewinnen. Das ist nicht gesagt. Äh. Am besten lasst gleich, äh, Leon gegen Cooper spielen und mich gegen Kältig oder irgendwie Ich lasse hier wie gesagt mal alles auf. Ihr könnt alles einmal testen. Ihr könnt alles einmal testen und nochmal ein bisschen üben denn. Ähm. auch mal so beim Labyrinth und sowas auch drauf achten, wie ich das Labyrinth gebaut habe. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall schwerer. Ich bin so schuldig rausgekommen. So. Okay. Alle einmal rein spaziert. So. In dieser Kiste. Warte, muss ich noch kurz öffnen. Befinden sich Hammer. Jeder nimmt da mal einen raus. Genau. Rüstet ihn aus. Und ihr solltet hier auch, ihr könnt es mal probieren. Ihr solltet nur auf das Spielfeld sozusagen einen abbauen können. Geht nicht. Wie geht nicht. 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 Steht irgendwas da? You are not authorized to do that on the wellplatz. Ah, der sollte das doch ignorieren. Er solltest doch eigentlich ignorieren. Naja, egal. Okay. Ja. Moment. Ist ja geil. Aber kommt man da alle raus? Jetzt soll das gehen, oder? Ja, aber jetzt kannst du überall, aber macht einfach nicht. Du darfst halt den Hammer behalten. Du darfst den Hammer denn behalten. Genau. So. Es spielen jetzt zwei gegen zwei. Mitspielerbonus. Äh. Ah ne. Nein. Eins gegen eins. Obwohl. Wollt ihr zwei gegen zwei oder eins gegen eins? Alle gegen alle. Ja. Wer hat die meisten Punkte? Der ist Mensch. Ihr könnt auch alle gegen alle machen, wenn ihr das wollt. So. Okay. Hier sind die Spielregeln. Da renne ich ja nur weg von allen. Es dürfen nur Steine abgebaut werden, aber nicht gesetzt werden. Ja. Wenn euer... Ist das nur eine Schicht? Es ist nur eine Schicht, ja. Wenn euer Inventar voll ist, dann habt ihr hier ein Lager. Da könnt ihr eure Steine abladen. Deshalb wäre es klug, nicht die Steine hier abzubauen und den Weg zu versperren, dass ihr das nicht mehr abladen könnt. Das Spielfeld ist innerhalb des gelben Ringes. Also ihr dürft auch nicht raus, sonst seid ihr disqualifiziert. Ihr dürft euch nur in dem Spielfeld befinden, was sozusagen aus diesem Basalt ist. Okay? Gut. So, jetzt, wie wollen wir es machen? Zwei gegen zwei, alle gegen alle oder eins gegen eins? Außerdem baut man Basalt auch nicht mit dem Hammer ab, sondern nur mit dem Spitzhacker. Vielleicht liegt es deswegen, dass wir es nicht konnten. Nee, Hammer ist eigentlich an, weil das ist ja ein Block. Das ist ja ein Block, ja. Achso. Keine Ahnung, was da ist. Okay, dann stellt euch mal jeder an eine Ecke. Dann kürzen wir das jetzt ein bisschen ab. Jeder an eine Ecke, genau. Mit dem Spielfeld. Jawoll, super. So. Okay. Dann, viel Glück und es geht los. Und drei, zwei, eins, los. Was? Das ist ein Block nicht. Das ist... Okay, ich weiß, was es ist. Das sind keine normalen Blöcke. Hä? 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 Was sind das für Blöcke? Hä? 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 Das verwirrt mich. Ja, gut, ne? 30, glaub ich. 20.30 Uhr. Also baut das euch nicht zu. Lass mich in Ruhe. Lass uns lieber so auf Lea und gehen. Wo ist denn? Hä? Kuba ist weg. Der stimmt eigentlich schon. Alle auf Lea. Kuba ist weg. Kuba ist schon weg. Oh krass. Ja. Aber es ist geltig. 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 Das ist ein bisschen besser, ne? Ich baue schon mal alles... Ich baue schon alles kaputt. Hallo! Aber er ist wenigstens auf die Runterfallplatte gefallen. Hm. Jetzt habe ich ja extra ein bisschen erweitert, ja. Ich habe es vergessen, anzuhalten. Ich baue hier alles kaputt. Ich baue einfach alles ab. Hier bist du auch schon Blöcke abbauen, ne? Hab ich doch schon. Das habe ich jetzt nicht gesehen, Katschi. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich habe mich selber abgebaut. Ey, ich kann das schon bei beiden noch mal probieren. Drei Punkte. Nee, ein Punkt. So. Jetzt geht's um die Wurst. Ja. Ja. Ist man das, dass man hier in der Mitte stehen kann? Ist das schlimmer, wenn man auf den Grund herkommt? Nein. Nein. Das Katschi auch schon passiert. Das nächste brauche ich ein bisschen höher. Ja. 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 Leon, gewonnen. Stark. Gut. Das ist nicht. Äh. Drei Punkte. So. Also. Jetzt kommt die Auswertung. Moment. Also Cooper hat fünf Punkte. Null Punkte. Null Punkte. Drei Punkte. Sind also fünf Punkte. Dann Leon drei Punkte. Fünf Punkte. Und. Was habe ich denn hier geschrieben? PP. Nicht blöd. Äh. So. Es sind aber 13 Punkte. Und Celtic hat ein Punkt. Drei Punkte. Und drei Punkte sind acht Punkte. Nochmal Celtic drei Punkte. Ganz am Anfang. War hat dritter Platz. Kein Labyrinth. Und Katschi hat zwei Punkte. Und hier bin zwei. Ja, ich war richtig toll. So. Der Gewinner ist also Leon. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Hat sich doch gelohnt zu warten. Siehste. Haha. Hast du gleich ein Geschenk, siehste. Zum Valentinstag. Haha. Ja, das ist Februar, glaube ich. Ich sehe keine Ahnung. Ich bin schon immer ein bisschen spüren. Haha. Gut. Alles klar. Äh. Wir können jetzt alles hier bauen. Warte mal. Ich sende dir das. Warte mal. Ich habe außerdem schon ein Pult hier abgebaut. Ich sende dir den Code per Privat. Warte. Also die Datei, den Code natürlich nicht. Ja. Sonst können das ja alle gucken. In Datei. Ja, da ist nur, ist nur ein Text. Nein, nicht abbauen. Das ist so eine Textdatei. Das ist natürlich bei Discord richtig dumm gewesen. Aber egal. So schnell konnte, glaube ich, keiner gucken. Mach schnell. Jetzt hat er die Textdatei geöffnet in Discord. Aber ich habe ganz schnell weggemacht. Beeil dich. Haha. Weil ich krieg's neu hin. Alles gut. Ach. Das ist natürlich total dumm, dass Discord das gleich übersetzt, ne? Für eine Textdatei. Haha. Egal. Guck mal, bist du runtergefallen? Nächstes Mal mache ich das danach in an stream. Ich wollte gerade sagen, hätte ich es eh gemacht, aber gut, na egal so, geht's so, ich springe runter und fahre mal genau, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ja, wenn euch das gefallen hat beim nächsten Mal wieder mitmachen wo ist unser Boot? ihr habt das nicht angeankert es ist weggefunden dann würde ich mich auch verabschieden ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis denn, ciao, ciao tschüss tschüss kopfgehr, lieben Leute